So, da sind wir am Elsterweg, denn es geht wieder international mit den Wölfinnen. Es geht nach Rom, zum dritten Spieltag in der UWCL. PK war schon am Morgen, haben wir verpasst, weil zu früh, aber jetzt sind wir beim Abschlusstraining. Obi hat keinen Bock auf uns, filmen sie aber trotzdem. Dann mal vor ans Eck, da kommt Marina. Ja, stimmt, ist ja unser Job. Und dann jetzt vor auf dem Platz, es regnet, Abschlusstraining läuft trotzdem. Machen sie gut, flinke Füße, fast alle dabei, wir fahren vor zum Flughafen. Mannschaft kommt an, alle gut gelaunt, Do macht gut Kick, mit Zunge raus. Obi leider doch nicht dabei, hoffentlich in Köln wieder. Medizinische Abteilung macht noch ein Selfie, Svenny lächelt verschmitzt, Poppy beschwert sich. Lass mich mal alle in Ruhe. Aber es ist ja nur Spaß, hoffe ich. Rein in den Flieger, da ist Gulle, gute Laune, lieben wir. Start klappt, Props an den Piloten, schöne Wolken. Landung in Rom, wieder Props an den Piloten. Raus aus dem Flieger, bisschen windig, ups, Marina müssen wir suchen. Rein in den Bus, kurze Fahrt, Koffer schnappen, ab in den Bus und dann zum Hotel. Alle gesund, alle munter, Hotel top, alle haben Bock auf das Spiel morgen, wir auch, gut Kick.